Habe ich dir jemals die Schuhe schon mal zugeknotet? 1 Euro für 55 Cent und für 20 Cent. Hallo zusammen, ich grüße euch. Willkommen zu einem neuen Video. Wir machen uns gerade fertig. Wir ziehen uns an, denn wir haben vor zum Tidi zu fahren. Wir wollen mal wieder unser Bastelwagen befüllen. Also so Bastelzeug kannst du da ja richtig gut einkaufen. Dann brauche ich ganz dringend Geschenkpapier, also weihnachtliches Geschenkpapier. Anderes haben wir noch da. Mal gucken, ob die was Tolles haben. Also am liebsten hätte ich ja welches mit Cringe drauf, aber das habe ich bisher noch nicht gesehen. Was ist mein Schatz? Du schon draußen? Moment. Man muss noch die Jacke anziehen. Auto steht draußen. Steht draußen? Ja. Eigentlich sind alle soweit fertig bis auf Mama, ne? Dario sitzt im Maxi-Cosi, der passt da ja kaum rein. Und ich schnapp mir ein bisschen meine Stiefel. Was ist Dario? Hä? Alles gut? Ah, ich pflanze mich hier hin und ziehe mich an. Alles gut. Alles gut, Melina? Was soll ich machen? Eine neue Schleife. Sonst kannst du noch da reinschieben. Da reinschieben. Mama? So, ich mach die ganze Zeit. Habe ich dir jemals die Schuhe schon mal zugeknotet? So, Carlytos, bitteschön. So, ich bin ready. Ich werde heute mal versuchen, mit der Kamera vor Ort zu filmen, statt mit dem Smartphone. Ich hoffe, da läuft keine Musik. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich war schon ewig nicht mal bei Teddy. Du brauchst Milch, oder? So, ja, ich habe noch schnelle Milch gemacht, weil ich mir denken kann, dass er die vielleicht noch trinkt. So, Türen zu. Ey, warum hat er denn den Ländchen oder hier? Weil ich nicht weiß, wo der andere ist? Oh Mist. Ja. So, dann gehe ich mal rein. Ja. Ich nehme kein Geld und so mit, ne? Mega dunkel. Wieso das denn? Der braucht das. Der braucht das? Ich brauche das nicht. Bitteschön. Hä? Wollt ihr mich veräppeln? Was die Kinder mit mir alles machen, ne? Nein. Ja, mein Schatz, du hast mich vermisst. Sehr gut. Macht er keinen Sinn hier zu filmen? Hä? Die zu dunkel. Handschuhe, sehr gut. Alle haben Handschuhe an. Ja. So, ich melde mich dann gleich, wenn ich vor Ort bin. Ne, Schatz, ist noch nicht zu. Scheint sehr spät zu sein, ist es aber nicht. Wir haben noch relativ früh. 5 Uhr, ja? Oder kurz nach 5. So, wir gehen zum Teddy. Und danach wollen wir noch leckeres Hähnchen. Beim Hähnchenmann kaufen. Und mal schauen, was wir noch so tolles dort finden, ne? Also in diesem Teddy war ich schon lange nicht mehr. Ja. Schaut mal. Richtig tolle Wolle. Schöne Farben. Oh, die ist weich. Und die Kinder haben. Jetzt sind sie weggelaufen. Ich gucke gerade, was das für eins ist. Ist aber alles keine Baumwolle. Hier scheint mir nach Baumwolle zu sein. Das ist hier. 1,55. Ich habe mal hier 100%ige Baumwolle. Wo steht es? Da. Da hoch ist. Richtig gut für 1,55. Das ist süß. Davon hätte ich gerne mehr. Ich sehe gerade hier sind noch drei, vier. Drei nehme ich davon mit. Und ist das auch Baumwolle? Scheint mir so. Ja, 100%ige Baumwolle. Auch eine schöne Farbe. Das ist, glaube ich, nicht. Dann nehmen wir auch noch zwei grün. Ich gucke sofort. Ja, nur ja. Und das dürfte auch Baumwolle sein. Ist auch ein schönes Gelb. So ein Senfgelb. 100%ige Baumwolle. Was kosten die? 2 Euro. Nur die weißen, die kosten 1,55. So, dann gehen wir weiter. Hier, damit kann man Adventskranz selber machen. Streudeko. Geschenkpapier habt ihr gesehen, sagt ihr. Die sind auch süß. Und hier solche Bommelwolle die doch haben. Die passen doch gut zu Weihnachten. Das kosten die 1,55. So, dann nehmen wir auch mit. Hier ist Geschenkpapier. Weihnachtlich. Doch, weihnachtlich. Allerdings, das ist jetzt für Kinder. Für Kinder ist es auch gut. Aber ich hätte gerne... Also, die haben wir tolle gefunden. Die finde ich alle... Also, die sind hier besonders schön. 6 Euro, 4 Stück. Aber wir gucken mal, ob sie auch einzelne haben. Hier gibt es ganz viel Weihnachtssachen. Die finde ich ja klasse. Guck mal, Melina. Die gefallen dir bestimmt auch. 3 Euro. Oh, ich glaube, wir haben genug Wichtel zu Hause. Ne? Wichtel haben wir genug. Was hast du da noch Tolles gefunden? Ah, das sind so LEDs, ne? Die ist auch schön. Der macht auch Licht. Was möchte ich denn gucken, Schatzi das? Was sind die 2 Euro? Ein kleiner Weihnachtsmann. Die ist auch süß. Ach, guck mal, da sind ja noch ganz viele. Wo war die jetzt? Die möchtest du haben? Die ist gerade gefallen. Die finde ich echt schön. 3,99. Die sind schön weich. Überleg gerade, soll ich die mitnehmen? Wo ist der Papa? Guck mal, die ist auch voll schön. Hier sind die paar. Die finde ich ganz schön. 2 Euro. Aber hier hast du auch sowas für 2,55. 3 Rollen. Gucken wir mal, ob die noch. Mehr haben? Das ist auch ganz schick. Kostet das auch so. Wow, Luisa, schön. Wie schön. Hier ist so noch mehr. Kosten die auch alle 2 Euro? Und das noch mehr. Und da hinten ist noch mehr. Melina, Melina. Also wir nehmen jetzt hier die 4. Die kosten hier 75 Cent. Die sind 2. Und die 2 Gruseln sind gleich. Und die 2 Grünen. Ja, hab ich hier anders, ne? Dann nehmen wir das alles mit. Carlitos. Bitte schön. Nehmen wir das auch noch mit. Kerzen. Wow, viele Kerzen. Ist das eine Kerze? Das ist ja süß gemacht. Das ist wirklich eine Kerze. Ein Schwein. Und die ist auch hübsch. Die ist auch wirklich hübsch. Kostet die denn? 3 Euro. Richtig schön, finde ich. Ach, die habe ich schon öfters gesessen. So, jetzt sind wir bei Bastelzeug. Hier haben wir buntes Papier. Haben wir aber noch viel. Ja, so eine möchte gerne haben in groß, ne? Wie lange schon. Ja. Guck mal, Acrylfarmer hast du da, Giano. Boah, guck mal, Giano, was für eine große Leinwand. Oh Gott, kannst du dich hier austoben. Im Sommer musst du das mal machen. Na, komm, wir gucken mal weiter. Dann guck doch mal ein paar Sachen für den Bastelwagen. Nur keine Stempel. Davon haben wir wirklich genug. Wollt ihr also nichts an Bastelzeug mitnehmen? Doch. Doch. Oh, das war zum Kettenmachen. Das sieht auch toll aus. Und da habe ich Angst. Dass der Dario an sowas drankommt, ne? Die haben ja hier echt mega viel Geschenkpapier. Was denn? Was ist cool? Das ist cool. Mhm. Ja. So schön, das Geschenkpapier. Mama, hier sind Stifte drin. Kreide, glaube ich, oder? Ja. Sticker, Stickers haben wir ja wirklich noch genug. Eine Schere brauchen wir. Zwei Euro. Für zwei? Ja. Dann nimm doch mit. Das haben wir so eine Spitzschere. Das brauchen wir. Genau. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Wofür ist das? Die ist das. Knete ist das. Ja. Knete müssen wir wirklich auch mal kaufen. Die ist da nur spitz. Ja. Die war die da, ne? Okay. Dann legst du es da hin. Sie mag Pepper. Ja, du bist süß. Pepper. Ja, du bist süß. Jawohl. Guck ich mir jetzt jedes Geschenkpapier an. Was gibt es denn zu lachen? Deine Lache ist auch genial. Das ist aber auch witzig. Ja. Du siehst, wie viele Griffe haben. Oder schlässlich. Ach, die wollte ich bei Action kaufen. Aber haben die nicht hier. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die sich das nennt. Komm bitte weiter, dann. So Schrankgriffe. Keine Ahnung. Komm, wir gehen aber weiter. Schrankgriffe. Das ist cool. Guck mal den hier. Guck. Oh. Das ist für Tiere, ne? Komm, weiter geht's. Schal, aber so dünne. Aber das ist das, was der Giano so gerne mag, ne? So, ähm, so, wie nennt man die? Tunnelschal? Das brauche ich. Mama, das brauche ich. Das brauchst du für die Ohren. Ja, Schatz. Mama. Hast du auch was Tolles gefunden? Oh, mega Handschuhe, ne? Luisa. Mhm. Und jetzt haben wir hier, ich weiß es nicht, Alarmanlage. Schuhe. Hä? Nö. Die sind süß. Die kosten die. Sieben Euro. Oh, die sind auch süß. Mega süß. Mega süß. Jetzt hast du ganze Halloween Sachen hier, ne? Für viel Geld. Und da gibt's auch weiter. Weiter. Ja, das habe ich gesehen, Schatz. Ja, das ist für 1 Euro, für 55 Cent und für 20 Cent. Für 10 Cent hatten sie auch immer da gehabt. Das ist ja cool. Was sagst du? Im Kalender 2023. Und so, Ende ist ja jetzt, ne? Guck mal, das ist ja cool hier. Neuliche Rechte. Aha. Ja. Da ist aber eigentlich nichts, nichts Besonderes, würde ich behaupten. Ne? Puzzle 3D. Mhm. Zwei. Schaut mal. Schupperschupps. Centerschock. Und hier die, die machte ich früher so unnormal. Richtig cool. Für 65 Cent. So, hier haben wir noch mehr Wolle. Wir gucken einmal durch. Mhm. Achso, den hatte ich ja mal gekauft. Fand ich aber nicht so toll. Du möchtest zum Papa? Guck mal, so richtig dicke Wolle. Mega viel. Hier, Füllmaterial könnt ihr hier übelst gut kaufen, ne? Für 5 Euro. So viel. Ja. Richtig gut. Aber Baumwolle? Das war's, glaube ich, eben vorhin. Oder? Ja. Also Textilgarn könnt ihr ganz einfach mit Bettlacken zum Beispiel machen, ne? Mit Bettlacken, was ihr vielleicht nicht mehr braucht, weil es zum Beispiel ein Loch hat oder so. Da kann man das ganz gut in Textilgarn verarbeiten. Ja, mein Schatz. Ja? Findest du cool? Hier ist noch was, oder? Das würde ich sonst auch noch mitnehmen. Hm. Ja. 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 Ja, die ist vom Papa Gang. Ja, hundertprozentige Baumwolle. Richtig cool. Auch nochmal dieses Geld. Konne ich das auch noch mit. Richtig, richtig gut. Und das war's schon. Würde ich behaupten. Ja. So. Also der kostet 10 Euro. Finde ich ein bisschen übertrieben. Bei Action kriegst du den Josh. Der ist wahrscheinlich dreimal so groß. Für, ich glaube, 8 Euro. Hm. Aber süß ist er ja. Ja. So. Haben wir denn alles? Hm? Ja. Komm, wir gehen zur Kasse. Ja, Kinder? Kommt. Nein. Ich will gerade Hähnchen holen. Ich will gerade Hähnchen holen. Da liegt die Zeit gerade. Ah! Kaffel, du fährst rein. So, Kinder. Wer hat Hunger? Mami. Wer hat Hunger? Mama. Silu hat Hunger. Wer noch? Ich. Ich auch. Ich auch. Oh, guck mal, da ist mir gefallen. So, wir sind wieder zu Hause. Hähnchen hat man noch gekauft. Ja, mein Schatz? Ja, ohne Licht ist ja auch blöd. So. Nimmst du noch eins für die Melina mit? Komm, lass, ich hole noch eins für Melina. So. Für Melina. Gibst du ihr das? Ja. Sehr gut. Wie kalt es draußen ist. Das war. Papa, Papa. Ja? Kommt. Oh. Oh, Luisa. Dähnchen. Und. Riesenpommes. Das ist ganz wie Pommes immer. Oh, Vorsicht. Vorsicht. Und fällt alles raus. Das war vier, ne? So. Ja, Louis, du wartest bitte. Komm, ich kann dir auch ein bisschen so geben. Mehr? Nein. Boah. Das war ein Tschüss. Über